So Leute, jetzt sehen wir auch wieder bei einer neuen Aufnahme von... Minecraft. FIFA! Ja. Okay, also mein Hust ist nicht besser. Oh, ist mir grad ein Schlag, Kevin? Da hat jetzt grad ein Creeper explodiert. Da hat jetzt grad zwei Creeper explodiert. Bloß die Frage ist, wo kam die her? Aaaaaah. Ach so, schon. Guck, David. Siehst du sie? Siehst du sie? Und Schlag! Oh, ich bin ja beinahe, das ist so kack, gell, ne? Ja, abartig. Na, ich bin aber beherrscht, ne? Gell... Gell, die zwei Blöcke, das ist... Das wär... Boah, Sascha, das wär abartig gemacht. Ja, boah, boah, Sascha. Abartig. Das lag bei mir. Ja, bei mir. Ja? Abartig. Ich müsste mal vielleicht die Priorität für Minecraft-Wetter herstellen. Das hab ich vergessen. Egal, das schon. Das geht. Wenn man bewegt, kann man sich nicht mehr bewegt. Ich geh jetzt zu den Lava, du kennst mich hier. Hab ja das Markt von... Ich hab drei! Drei unglaubliches Markt! Ja. Okay. So verkannt, Chef, äh, bei der Händler, äh, Scherkra. Sag schon, wir müssen, ja. Wir müssen unbedingt, ähm, entweder mehr Smaragd finden, was ich an, ich glaub, oder, ähm, beim Händler eben was finde, wo man, äh, Smaragd kaufen kann, sozusagen. Also zum Beispiel, die bieten ja auch manchmal an, dass, dass man, wenn man den, zum Beispiel Weizen gibt, oder so, dann geben sie einem Smaragd, und so. Und so kann man dann wirklich richtig viel Smaragde farmen und auch bekommen. Und die... Es geht dann wirklich so weit, dass man sich dann eine Diamantenrüstung, also da raus... Also ne... Ja, ne Diamantenrüstung bekommt, von denen. Mhm. Und das ist eigentlich so effektiv, dass man das machen kann. Und was wir auch machen, äh, werden im Display... Es wurde langwieriger gesagt, deswegen werden Sascha und ich uns vorher das mehrmals angucken, dass wir es auch alles so dick bauen können. Wir werden eine Eisenfarm bauen. Was?! Du weißt gar nichts! Wie schwer was erfindest du? Sascha, wir hätten das mal vor einer Woche besprochen. Nein, nein, wir hätten mal vor einer Woche gesagt, wir könnten es eventuell machen. Ach so. Weißt du, wie viel Arbeit es ist? Ne, das ist nicht. Das mittelt mir jetzt viel Arbeit. Solange mein Dorf mit Bewohnern hat, dann geht es. Und ich bin mit ein bisschen Erfahrung... Boah, wo bin ich? Ja, nochmal was gefunden. Okay, ich bin jetzt irgendwo... Das ist hell. Oh, okay, krach. Sascha! Na? Na? Ach, scheiße! Was ist das? Ich habe in dem einen Ofen das Eisen vergessen. Und bin da einfach weggegangen. Damals bin ich jeder da, wo ich das letzte Mal gestorben bin. Ohne Hilfe! Gut. Sascha, äh, siehst du irgendwo einen Ofen? Wenn du irgendwo einen Ofen bist, dann nimm bitte einfach das Eisen raus. Du bist tot. Es war auch so knapp, ne? Da wäre ich auch dran. Oh Gott, Sascha. Ich hatte dir mal eine Spezirk dabei. Oh Gott, Sascha! Oh! Oh mein Gott, das ist so... Es wäre jetzt so fatal, wenn ich das machen würde, ne? Jetzt grabe ich mich lieber auf und durch. Spenden Sie mit für Gehirntransplantationen. Für blöde, hirnamputierte, bescheuerte kleine Kinder. Nein, nein. Spenden Sie mit für Gehirntransplantationen. Oh mein Gott! Drei Creeper! Drei! 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 Nein, 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 nein! Es sind doch alle drei explodiert. Ach Gott, Sascha. Ich werde dir von allen Monster geschlagen. Es leckt so. Ich bin am Arsch, wenn ich sag's. Ich bin am Arsch. Tut mir leid, es ist halt so geleckt. Wo bist du? Dauert, es leckt immer noch. Wo bist du? Ich hab's verledet. Hat's verledet. Ach, Sascha. Ach, Sascha. Ahne, wenn ich bin der AKS, wird's ja besser. Nein, Sascha, das wird dann nicht besser. Dauert, wir hätten nichts zu essen dabei. Das ist so ungünstig. Ja, ich hab was zu essen dabei. Du hättest dir ja eh was mitnehmen können. Ach, Scheiße. Ich vergesse es immer. Ähm, echte Leber vergesst ja was nicht, ne? Nein, nein. Vergesst du essen, boah. Das war gestern, nie normalerweise, ne? Nein, nein, das ist... Er tut extra Vorseuche. Und du wirst mit mehreren Stunden vorher wieder Hunger bekommen. Ja, und... Ja, ja. War hier der Ofen? War hier der Ofen? Ja, der Ofen. Juhu! Ich hab den Ofen wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob ich weit weg bin, ne? Wollte man einfach mal hoffen, viertig. Ja, dann steigen meine Lebensschlossen wieder um so knapp 500 Prozent. Tausend. Sag mal. Tausend. Oh mein Gott, Creeper. Da lang geh ich nicht. Ich wär beinahe wieder in Lava wieder. Was hab ich denn heute für ein Dach? Ziemlich gut. Genau. Das baue ich lieber zu. Da warte ich, ich tp mich mal zu dir, ne? Ja, okay. Ja, kannst du ruhig machen. Kann ich mir was zu essen geben. Ich wollt grad verarschen, aber das ist wahrscheinlich so wenig Liebe, dass du dann gestorben wärst. Warum? Weil ich dich irgendwo runterfallen lassen wollte. Also auf vier, fünf Blöcke. Aber... Ich hab vier Lebensschlossen. Okay, dann machen wir's nochmal. Was? Ne, ne. David, ich brauch. Ja, ich hab der erste Gebe. Ich hab zwei Kartoffeln Gebe. Zwei Kartoffeln. Ja, drei müssten reichen. Ach. Sascha, er hat grad nen Creeper Schaden bekommen. Hilfe. Mama. Wo war der? Genau. Ey, wo verstehst du, ich glaub, Alter? Wo bin ich? Ich bin hinter dir. Oh my god, ich bin an einem Orphan. Okay. Das ist schade, kriegst du Opfer. Ja, ich hab dir, ich hab, ich hab's hier aber auch geschlagen. Das hat sich gelohnt. Ich hab null gekriegt. Okay, das können wir nachholen. Na, na, na. Hm. Komm einfach mit. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Wenn nicht, gehen wir jetzt auch wieder raus aus der Hülle, ne? Das war leider jetzt nicht so ne coole Hülle wie die letzten beiden. Ey, ich weiß, was weiter geht. Komm mit. Ja, was? Was? Komm. Wo? Ich war doch, ich bin doch die ganze Zeit woanders gestorben wie du. Was nicht? Ich glaub, ich weiß, was man geht. Ja, okay. Ich folg dir jetzt immer. Ich muss grad kurz gucken. Da gab's so ein Wasserfall. Hier ist er nicht. Da hier ist es auch nicht. Ah ja, ich glaub, wir waren hier lang. Da war's im Wasserfall nicht, kann man hoch. Hier nicht. Wo bist dann du? Oh, Sascha. Ich bin hinter dir. Oder ich war vorhin hinter dir. Nein, nein, ich mein, wo du so überhaupt bist. Ich war gerade eben direkt hinter dir gestanden. Nein, ich seh dich doch. Was? Das ist kein Problem. Ich mein, wo du überhaupt bist. Ja, hier. Hier. Nein, ich mein, wo du überhaupt ein was für einer Höhle tu warst. Du bist. Ja, der jetzt. Wo ist jetzt gerade denn? Nein, lass es doch mal aussehen. Was? Was? Du meinst doch an. Ich mein, ich, 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 ich war in einer ganz anderen Höhe. Zombie. Boom. Und ich hab ihn in die Lava geschlagen. Abartig. Und beim Skelett habe ich leider schwerere Probleme. What? Was ist da am Arsch? Nee, aber warum ist da ein Zombie? Hier ist doch eindeutig hell. Was? Scheiß Wegzufindungsmonster. Irgendwas. Drecksviecher. Ich bin mir sicher. Ich glaub, ich bin richtig. Da bin ich mir richtig. Oh. Come to me. Ich bin weiter. Happy Party Missy. Ich hoffe. Ich hab eine neue Höhle gefunden. Ach, scheiß. Sascha. Oh. Oh. Wie umgrenzt du. Das ist genau dann die Richtung Schlacht. Zu mir. Wenn das Mann schon kaputt ist. Ist schon. Das ist wirklich. Boah. Das. Das verdient Respekt. Also. Ich muss schon sagen. Du. Du hast verlebt. Das verdient Respekt. Sascha. Auf mich neid zu lachen. Äh. In mich neid. In mich rein zu laufen. Während ich was abbaue. Meine Güte. Was ist denn los heute? Was ist denn los? Ja. Ich seh dich. Geh raus. Geh raus. Oh mein Gott. Hier hat's. Assault Meier fast. Wie hoch. Dauertes ist es. Dauertes ist es. Dauertes ist es. Jetzt geht's hier hoch. Hey. Ich bin auch hoch. Hilfe. Hilfe. Ah. 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 Ah was ist denn? Ah hier ist die Idee. Endlich. Juhu. Ah. Es war aber klein. Was ist das so ernst? Schau dir têm ihn dir den Teil an. Ich muss irgendwo. Ja. Ja. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. La François. Das ist groß, mein Bitte. Ja okay. Es ist doch größer, als ich gedacht habe. So ist er schon. Meiner war wohl auch größer, als du gedacht hast. Oh mein Gott. Ich bin natürlich. Ich würde sagen, wir trennen uns ab jetzt. Hier überlebe ich halbwegs gut. Wäre ich mir nicht sicher. Darum, hast du... Darum, hier ist ein Spinnenspauler. Kleine Giftspinne! What? What? Hört mich zu schlagen, hört mich zu schlagen, hört mich zu schlagen. Gott. Oh mein Gott, ist das hier eine verspastete Gegend. Hallo? Dankeschön, Dankeschön. Was doch. Hör auf, ich mich zu schlagen. Warte, das baue ich ab. Ich habe mal abgebaut. Ja, okay. Ich bin Spanner. Ich schlage mich hier schnell durch. Mal gucken, ob hier ein Kästchen ist. Ha, Benni. Aua. Gib mir Deckung. Sag mal, ich bin weit weg. Ich komme. Ich komme. Ich bin weit weg. Deckung. Ist leer. Ah, okay. Okay. Da hinten dran geht es noch weiter. Da, wir bleiben doch zusammen. Okay. Aber lauf bitte nicht durch mich durch. Das ist... Das ist super optimal. Ach, Sascha. Wie ein kleines Baby ist er. Gold ist, nein, Gold. Also, man muss wirklich sagen, Sascha hat nicht so ein Baby-Speck verloren, ne? Ja, ja. Das ist alles nur Baby-Speck. Ja, ja. Wird ich jetzt auch sagen. Langweiliger Baby-Speck. Also, geistlich ist er immer noch Baby, ne? Also, so ist es so nett, ne? Ah ja, also, mein Gehirn hat sich seit meiner Geburt nicht mehr weitergelegt. Ja, nicht auch. Nicht so, dass man es bemerkt hat. Also, das, dass ich gehen kann, ist wirklich schon ein Wunder. Die Ärzte haben gesagt, also, boah. Sie haben noch keine Lebensform gefunden, die so simpel konstruiert ist und trotzdem gehen kann. Also, von Gehirn-mäßig. Das war schon abartig, als ich das gehört habe. Das ist halt der Sascha. Aber abartig. So. Ich warg mich immer tiefer hinein, bis ich richtig stecken blieb. Ich war in einer Höhle. Hier überflutte etwas. Und ich sah etwas. Was war denn das? Ich hörte etwas. Es hörte sich an wie Spinnen. Doch. Es war ein Creeper. So. Und ich weiß nicht, aber irgendetwas blusterte sich hinter mich auf. Und Paz! Es war ein Creeper. Und das war dein letzter Gedanke auf der Erde. So, schau. Äh, wie soll ich das ausdrücken, aber... Boah, äh... Hm. Ist das ein Arsch? Ne, ich hab keine Fackel mehr. Ach, jetzt holst du überall um mich rum. Ich würde es sagen. Ach, so. Ey, das ist wirklich. Das ist ja wirklich schlecht. Ja, du könntest sogar du dir eine Fackel machen. Weil du das Rezept geben würdest. Ähm, ist das euer Ernst? Der hat einen Steinblock in der Hand. Ja. Der Zombie hier. Warte mal kurz. Kannst du auch das hier anziehen? Warte mal. Oh. 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 Zombie kannst du das hier anziehen. Oh. Lol. Roffel. Wie viel der Bar dann auch aushält mit dem Teil. Cool. Echt cool. So was finde ich klasse. So was finde ich cool. Oh. Ich hab mein Holz weggeworfen. Oh, ich hab's gar nicht eingesammt. Hm, das ist aber allerdings ein Unterschied. Ich hab's das Gefühl, ich laufe immer im Kreis bei solchen Damschiss. Naja. Du musst einfach nur mit Fackeln ausleuchten. Dann weißt du ja, wo du warst. Also ich bin in der Sackgasse. Ich grab mal ein, zwei, drei Blöcke rein. Ich bin in der Sackgasse. Warum hab ich mir ne... Scheiße. Huh? Was ist das? Ich hab ähm... Mir... Ich wollte mir nur Wackel machen. Oder hab mir in der Workbench gemacht. Was ja ziemlich unnötig ist. Weil ich es ja auch so grafen kann. Ne? So schau. Ich seh dich. Leider. Was? Ey. Das ist gefährlich, wenn du in der Nähe bist. Ich... Geh ja ganz schnell voran. Da 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 da. Huch. Oh, hier oben geht's lang. Oh, da. Ich höre einen Slime. Ich höre einen Slime. Er muss hier irgendwo sein. Die Frage war nur, wo. Wie weit ist er noch weg? Wann werde ich ihn finden? Aber ich... Ah, dann geht's noch weiter. ...werte immer weiter so. Immer weiter und weiter. Ja. Und rede gerade zur Musik. So. Ja. Unfassbar halt. Dass du mich wieder... Dass du wieder durch mich durchlaust. Äh, du läufst. Läufst. Läufst? Ja. Dass du mich durchläufst. Das ist halt abartiges Pfälsch. Pfälzisch. Pfälzisch, Alter. Ohne Scheiß. Okay. Weil ich finde, in der letzten und in dieser Folge... Äh, finde ich... Ach, das hier... ...gar nicht mal schlecht geschlagen. Also was das Hochdeutschreden angeht, ne? Ich hab mich bemüht. Es ist bei der Bemühung geblieben. Da, 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 da. Und ich wundere mich, warum ich keine Fackel mehr habe. So. Ja, halt ich mich nach. Ähm, wie kann man eigentlich Redstone-Fackel machen? Genau wie eine normale Fackel, nur mit Redstone. Ich baue nämlich die Schienen ab und dann baue ich bei uns so ein Schienensystem. Ja, das brauchen wir eh, ähm... Ne, 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 das Schienensystem brauchen wir doch eh für was Spezielles, für die Eisenfarm. Genau, auf die ich noch weiter eingehen wollte. Ähm, die Eisenfarm, wenn man sich darunter wirklich nichts vorstellen kann, das ist eine Eisengolem-Farm. Wenn man sich darunter auch nichts vorstellen kann, wo ich doch einfach mal davor ausgehe. Ähm, ach klar, ich euch einfach mal ganz kurz. Es ist so, dass Dorfbewohner, ähm, Eisengolem spawnen können. Wenn sie es glücklich sind. Ja. Wenn sie genug Türen haben, sagen wir es so. Deswegen kann man was bauen, also so eine Art Falle, wo dann ganz viele Dorfbewohner drin sind. Und diese können dann so, ja... Da steht ein Blumentopferkette, ne? Ja, nein, den habe ich extra da reingelegt, weil ich den nicht brauche. Und die können dann halt spawnen und dann werden die mit Wasserwohin geleitet, die Eisengolems, und damit werden sie halt eiskalt abgeschlachtet. Ah, scheiße. So ist es halt. So ist das Leben, David, so ist das Leben. Das Leben ist tot. Aber nicht so hart, wie mein... Entweder essen oder geäst werden. Ne, entweder fressen oder gefressen werden. So. Boah, bisher ging es sogar mit meinem Husten jetzt. In der Folge. Oh! Oh! Die Folge geht ja noch so lang. Die Folge geht ziemlich so lang. Egal. Egal. Die 5-30 Minuten. Ne, ne. Ich habe zwischendurch einen Stopp gemacht, glaube ich. Ich ne. Auf jeden Fall, wenn das jetzt hier das Ende dieser Folge ist. Würde ich sagen, sage ich Stopp, ne. Also sage ich, ähm. Ja, also entweder geht die Folge jetzt halt etwas länger, oder sie geht etwas kürzer. Und ich würde sagen, da sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.